Meins, meins, gib mir die Erinnerung, oder ein Fläschchen, oder keine Ahnung, was du uns geben willst, äh, Spiel. Sieht mir schwer nach einem Kampf aus? Doch nicht. Okay, hier ist nichts, aber nur so für ne, da fehlt was. Da muss auf jeden Fall noch ne Erinnerung irgendwo, oder ein Fläschchen sein. Äh, das akzeptiere ich nicht, ja, hab ich den Weg nicht, äh, ich hab den Weg nicht, genau, viel umsonst gemacht. Nur für ein paar Zähnchen. Weh, ups. Mahlzeit. Gut, da müssen wir drauf. Puh, knapp, knapp. Ja, dann schnippeln wir den, kann man los. Sack. Sack. Ja, kann man nicht lang. Das war jetzt sehr, sehr realistisch. Ah, da. Auch im Spiel bedarf es harter Entscheidungen. Oft muss man schwere Opfer bringen, um sein Ziel zu erreichen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich, ob ich dann noch was vergessen habe, kaputt zu machen. Ich glaube, da kann man nicht durch. Gut, also die... In Anführungsstrichen, Hure, Königin, ist da drinne. Sieht voll geil aus. Ach ja. Jedes Bild erzählt eine Geschichte. Als kleines Mädchen hibst du kein Buch ohne Bilder akzeptiert. Dann machen wir das schnell. Easy peasy. Fläschchen. Was ist denn hier? Ich höre ein Näschen. Ah. Achi. Meins. Hehe. Da geht's nicht durch. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob wir da schon Story-mäßig langen müssen. Oder ob das nur sowas ist, um für irgendwas freischalten. Ne, ich glaube, da geht's weiter. Da wollen wir aber noch nicht machen. Wir wollen nämlich noch die andere Seite abchecken. Und gucken, was da abgeht, weil... Ja, weil halt... Oder, ne, warte mal. Ne, von da komme ich, von da komme ich. Bis dahin war ich. Hier geht's. Äh. Hier geht's nicht weiter. Und da geht's auch nicht durch. Doch, hier geht's hier lang. Aber womöglich war das doch das da. Das, äh, das für die andere Seite. Okay. Na gut, na gut. Komm drauf. Gut. Und jetzt hier drauf. Easy. Die LSA, weißt du? Alles. Keine Herausforderung. Und ich hab... Und ich hab mich grad eben wirklich erschreckt. Creepy scheiße. Zack, rüber. Aha. Okay. Okay. Baller mal weg. Easy. Kommt gleich einer von hinten. Dann wär's mal den da. Aua. Gut, dann... Machen wir den fertig, ne? Ja, da muss man immer die Waffe wechseln, um den fertig zu machen. The fuck? What the fuck ist das denn? Ein Scharfrichter? Ich Idiot. Don Quixote hatte bei seinen Windmühlen mehr Chancen und lief nicht Gefahr, den Kopf zu verlieren. Ein diskreter Abgang darf auch stürmisch sein. Ich glaub, ich muss aber auch fliehen. Na komm. Mach's dir gar nichts. Das war jetzt sehr schwer. Ah, okay. Der hat mir mega viel Life gezogen. Also, ich hatte fast volles Leben, ne? Ey, nicht, dass der jetzt da reinkommt, ne? Da hab ich ja keinen Bock drauf. Vollkommen richtig. Alter, voll Schiss vor dem Viech irgendwie. Weiß nicht, wie's euch geht. Der Hüte der Königin verlässt nur selten sein verdrecktes Versteck. Aber du bist etwas Besonderes. Wissen wir. Deswegen gehen wir auch richtig hart ab. Deswegen kann uns auch keiner was. Die einfach alle zu scheiße sind. Das wichtigste ist bei dem, was wir machen, dass wir nie eingebildet sind. Oh, es hängt ganz leicht. Ne, es ist ein Stolaten. Okay. Na, 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 na. Komm. Einer weg. Leak. Weg. So, komm, wir machen das jetzt so noch. Die kennen wir. Die sind easy. Bam. Das ist gut, dass man... Wie der... Ne, auf der, der ist. What the fuck? Warum haben wir schwarze Hände? Oder sind es Handschuhe? Ja, glaub, es sind Handschuhe. Okay. Alter, der ist wirklich nicht geheuer, der Typ, ey. Wieder von dem abhauen. Alter, wie der uns gibt. Ja, ist klar. Alter, die geben mir gerade richtig. So, weg. Alter, was ist denn das für ein Viech, ey? Ernsthaft? Kann ich hier wieder wegrennen? Ja, ballert mir das Ding da rein und weg. Alter, wie krank ist denn das? Ja, natürlich will ich fortfahren. Ich will die alle fertig machen. Scheiße, ey. Nimm das Ding. Renn. Renn, Alice. Renn, Alice. Renn. Renn, du, nein. Den Kopf hier ab. Ja, Kopf ab. Standardspruch von der Königin. So, dann machen wir die ganz schnell fertig. Renn, das wird hässlich. Oha. Ist doch nicht nett. Das hat weh getan. Ja, gut. Du kommst raus. Ist mir scheißegal. Alter, was für eine Range der hat. Ah, da ist der... Der Weg ist wieder frei. Ja, wir wollen unsere... Unsere... Münzähnliche Währung wieder haben. Auch den letzten hier. Ohne seine Dreckssicht, ey. Alter, Alter. Wie der Fisch abgeht. Lauf, Alice. Lauf, Alice. Der motherfucker, der kann nix. Suche die Königin. Ignoriere ihren Schwur, Eindringlinge zu köpfen, aber auf eigene Gefahr. Ich hab da so'n fetten Mongo hinter mir. Ah, Tür ist zu, okay. Okay. Deswegen sowas mag ich das Spiel. Das hat was. Vielleicht kriegen wir auch bald eine neue Waffe. Hier ist bestimmt genauso. So, weit können wir runter. Beeilten wir uns, hier hochzukommen. Das war jetzt hart schwer. Okay. Von hier direkt hoch... Läuft. Ja, ne? Haben wir das Spiel ausgetrickst. Da müssen wir da lang. Warte, warte. Ich geh da mal hoch. Da ist doch ne... ne... ne gute Blume. Hier müsste irgendwo ein Schweinsnäschen sein. Da. Schweinsnase, ahoy. Ui, 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 ui. Ah, okay. Müssen warten hier oben. Bis das Ding uns abholt. Na, dann machen wir das mal. Ah. Wunderbar, wunderbar. Komm. So abholt. Ne. Muss also mit Pfeffer sein, weil Pfeffer, ne? Okay. Dann warten wir, bis das Ding wiederkommt. Dann holen wir uns unsere richtig geile Belohnung hier. Hey, das war gut. Aha. Ja, hat alles mit Gewichten zu tun. Müssen wir jetzt rüber. Nein. Ah, immer zu viel. Shit. Nicht gut. Ja, komm ey. Das haben wir auch so geschafft. Da brauchen wir keine... keine große Hilfe. Also, ich hoffe. Sache in der Liebe.